Willkommen zu einem neuen Dashcam Video. Heute ist eines wo ich nicht viel erklären muss, das meiste ist selbsterklärend und wie immer die Info, ich rieb mich nicht über alles auf, aber es gibt einfach Menschen, die sind nervig. Junge, Alter, da will der Augenblick zwischendurch, was ne Scheiße. Datumssicherung. Wie weit hat er jetzt Vordang zu fahren? Wow, das Blinken fällt dir echt früh ein, nachdem du mich schon auf 30 ausgebremst hast. Big Side. Arschloch. Super schlau. Das war aber knapp. Ja großartig. Slow because of das hier. Anscheinend ist Šicloch. Und jetzt weiß ich nicht, dass hier ein paar ist. Also weiß ich, wie sehr. Das ist schon ein paar Jahre alt sind. Ich weiß nicht, wie sehr. Die Sprache ist nicht so schön. AuchUNTli ist nehm. So, hier ist 120 und Rechtsfahrgebot haben wir sowieso in Deutschland und der bleibt da trotzdem, ist ziemlich nervig, bin erst ein bisschen dicht aufgefahren, weil ich dachte, er lässt mich vorbei, hab mich dann aber wieder zurückfallen lassen, weil es natürlich nicht so war. Was ist denn jetzt hier los, ey? Das ist jetzt so eine Ollofusche. Da ist ein Ski drin. Ein Handy damit. Mal wundern, wenn sie kommen, die so gescheuer auf der Mittelsprung wären. Eine Minute, 37 Sekunden später. Annenbach. Ja. Ja. Aber das war. Was ist denn mit der los? Dieser VW fährt übrigens schon seitdem ich ihn sehen kann mit derselben Geschwindigkeit und derselben Das wäre nur unter dem Uwe her Ja genau Was ist denn mit dem los? Was macht der da? Ach ne Hallo Aha Geht doch Wir fahren noch nicht ganz weit ne? Wir haben schon nach 12 Das würde ich mir überlegen Ob das da wo gerade gekracht hat, dass sie da umstanden? Das ist bestimmt der eine auf den anderen geschoben So Und zum Ende des Videos zeige ich euch noch zwei Sachen und zwar einmal Wie lange es dauert bei 400% Geschwindigkeit wenn ein Kleinbus eine LKW-Kolonne überholt Und wie sich dabei Powerwolf mit 400% Geschwindigkeit anhört So Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020